Die Produktsicherheitsverordnung beschäftigt aktuell alle Online-Händler. Die Marktplätze weisen uns darauf hin, Informationen nachzulegen, um die Produkte nach dem 13. Dezember 2024 weiter verkaufen zu können. Wie du das Ganze für den Marktplatz Amazon umsetzen kannst, um deine Produkte weiterhin anzubieten, das erfährst du in diesem Video. Viel Spaß dabei, bleib unbedingt bis zum Schluss dabei. Sicherlich bist du Händler auf dem Marktplatz Amazon und möchtest alle gesetzlichen Anforderungen erfüllen, um auf dem Marktplatz Amazon weiterhin verkaufen zu können. Denn ab dem 13.12. müssen alle Einstellungen getroffen sein, um weiterhin auf dem Marktplatz Produkte anbieten zu können. Falls dich diese Themen und viele andere Themen wie das Kaufen und Verkaufen auf Marktplätzen wie Amazon und Ebay interessieren, lass ein Abo da, drück die Glocke, so verpasst du auch kein weiteres Video mehr. Und falls dir dieser Content gefällt, gerne jetzt schon mal einen Daumen nach oben. Das lässt uns hier als Community wachsen und uns gegenseitig unterstützen. Wie du siehst, befinde ich mich schon bereits auf dem Marktplatz Amazon, in meinem Konto Seller Central Konto und möchte dir hier zeigen, wie du die Compliance mit den gesetzlichen Anforderungen erfüllen kannst, um weiterhin deine Produkte anbieten zu können. Wie du siehst, bin ich hier dem auch noch nicht ganz nachgekommen. Ich habe 247 Produkte, die ich hier auch korrigieren möchte. Und das möchte ich selbstverständlich euch auch zeigen. Falls dich das Thema Produktsicherheit, GPS eher allgemein interessiert, was genau ist der Hintergrund, was wird hier verlangt, dann schau dir das Video gerne hier oben an in der Infobox oder unten in der Videobeschreibung verlinke ich dir das auch. Da ist das Ganze verallgemeinert. Da gibt es schon sehr viele Kommentare und Fragen und Antworten. Du kannst dich gerne hier einlesen. Hier geht es tatsächlich nur um die Einstellungen für den Marktplatz Amazon. Falls du alle Einstellungen zur Produktsicherheit auch für den Marktplatz eBay sehen möchtest, dann kommentiere gerne darunter. Wenn es viele interessiert, werde ich auch das Ganze für eBay für euch hier auf dem Kanal bereitstellen. Ich bin bereits in meinem Seller Konto eingeloggt, wie ihr seht, und befinde mich hier bei der Verkäuferleistung. Hier können wir nämlich einsehen, wie viele Artikel bzw. welche Anforderungen von uns verlangt werden, um diese Produkte weiterhin nach dem 13.12. anbieten zu können. Wie kommt ihr hier auf die Verkäuferleistung? Und zwar klickt ihr hier auf Menü und Kundenzufriedenheit Verkäuferleistung. Schritt für Schritt gehen wir das Ganze mit euch durch. Und zwar geht es hier um die Compliance mit gesetzlichen Anforderungen. Doch bevor wir uns das anschauen, möchte ich euch hier unten einmal zeigen, für alle die, die eigene Marken eingetragen haben, müssen auch Compliance-Informationen übermitteln. Und zwar müsst ihr die Anforderungen an die Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit für eure Marken festlegen. Da klickt ihr hier den Haken an und geht auf Weiter. Und hier habt ihr die Möglichkeit, die Richtlinie auszuwählen, Herstellerinformationen, aber auch die Information zur verantwortlichen Person müsst ihr hier festlegen. Falls ihr nur eine Marke eingetragen habt, solltet ihr keine Marke eingetragen haben, dann ist das für euch ausgeblendet. Wie ihr seht, habe ich selbst auch keine Marke eingetragen bei Amazon in diesem Konto. Dementsprechend wird das hier nicht aufgeführt. Habt ihr dennoch eine Marke eingetragen und sie wird hier nicht eingeblendet, dann könnt ihr gucken, warum diese für euch nicht aufgeführt ist. Hier kriegt ihr allgemeine Informationen. Wir widmen uns heute speziell Produktlistings, wo ihr zum Beispiel Handelsware verkauft und euch an Listings anbindet und somit hier gewisse Dinge erfüllen müsst. Ihr klickt hier auf Compliance mit gesetzlichen Anforderungen. Wenn ihr dann darauf geklickt habt, gelangt ihr zu der Übersicht der Produkte, wo Informationen angegeben werden müssen, um diese Fehler zu beheben. Und wir gehen hier mal Schritt für Schritt durch, Spalte für Spalte. Und zwar seht ihr in der ersten Spalte der Grund, warum wird hier ein Fehler angezeigt. In dem Falle Kontaktdaten der verantwortlichen Person müssen hier für diese Marke und dieses Produkt hinterlegt werden. Dann habt ihr hier das Datum. Was ist betroffen? Was war betroffen? Und zwar haben wir hier die Marken. Unter den jeweiligen Marken, wenn ihr sie anklickt, wird auch dementsprechend das jeweilige Produkt eingeblendet. Bei manchen ist bei mir mehrere Produkte, wie ihr seht. Ich blende hier die Marken aus Datenschutzgründen raus. So, gefährdete Verkäufe. Wir sehen hier zum Beispiel auch die Allgemeinumsätze in den letzten zwölf Monaten, die hier durch diese Marke entstanden sind. Das kann natürlich euch betreffen. Bei euch werden hier andere Zahlen stehen. Auf jeden Fall will Amazon hier deutlich machen, welche Umsätze betroffen sein können. Ausgeführte Aktionen habe ich bei mir jetzt nichts drinstehen. Auswirkungen auf die Bewertung der Verkäuferleistung. Verkäuferleistung keine Auswirkung macht es. Ihr dürft einfach nachher irgendwann die Produkte nicht mehr verkaufen. Ab dem 13.12. Und dementsprechend solltet ihr diese Dinge beheben. Wenn ihr jetzt für eine Marke die Kontaktdaten der verantwortlichen Person festlegen möchtet, könnt ihr das übergreifen für jede Marke. Ihr müsst also nicht jedes einzelne Produkt, wie ihr zum Beispiel hier seht, absenden, sondern deswegen wird das auch hier schön zusammengepackt. Für jede Marke müsst ihr hier die Kontaktdaten der verantwortlichen Person hinterlegen. Ihr klickt auf Absenden und habt direkt hier die Informationen, wozu das Ganze dient. Hier wird nochmal erklärt, was genau ist hier der Grund, warum ihr diese Daten angeben müsst. Und hier, in meinem Fall, ich weiß nicht, ob es bei euch auch so sein wird, sind schon einige Kontaktdaten aufgelistet, die zu eurer Marke passen könnten. Falls ihr eure Marke hier schon findet, dann hat irgendein Verkäufer diese Marke schon angegeben. Und dann könnt ihr diese natürlich anklicken und habt sofort eure Kontaktperson hier ausgefüllt und angegeben. Sollte eure Marke aber nicht vertreten sein, dann solltet ihr hier auf Neue Personadresse hinzufügen. Und hier habt ihr dann die Möglichkeit, Namen der Firma, Anschrift, Ort und so weiter alles anzugeben. Wichtig auch noch die Mailadresse oder die URL. Und Telefonnummer wäre hier optional. Wo findet ihr nun diese Daten? Diese Daten bekommt ihr natürlich auf der Produktverpackung. Wenn der Hersteller bereits alle Informationen erfüllt nach dem neuen Produktsicherheitsgesetz und der EU-Verordnung, dann solltet ihr die Informationen auf eurer Produktverpackung finden können. Falls nicht, dann solltet ihr den Markeninhaber, die Firma kontaktieren und nach der verantwortlichen Person, speziell für die EU. Ganz wichtig, die EU ist hier betroffen und der Sitz dieser verantwortlichen Person muss in der EU sein. Lasst ihr euch die Daten geben und könnt diese hier eintragen. Um euch ein Beispiel zu geben, wie das Ganze dann aussieht, kann ich euch das Ganze einmal hier zeigen. Und zwar gibt es schon Produkte, bei denen das Ganze erfüllt wurde. Hier zum Beispiel so Kopfhörer. Wir haben hier direkt in der Beschreibung Sicherheits- und Produktressourcen. Dann haben wir Bilder und Kontakte. Wenn wir hier da drauf klicken, wird uns hier ein separates Fenster eingeblendet, wo wir zum Beispiel Bilder zu Produktsicherheit einsehen können. In dem Fall sind noch keine Bilder vorhanden. Wir sehen hier Herstellerinformationen, wie zum Beispiel, wer das Produkt herstellt. Aber auch die verantwortliche Person in der EU, ganz wichtig, haben wir hier auch drin stehen. Bei einem anderen Produkt haben wir das noch detaillierter stehen. Zum Beispiel hier wird auch direkt Warnung gesagt. Verschluckbare Kleinteile sind enthalten bei diesem Produkt. Auch das ist sehr wichtig. Wenn wir dann hier auf die Menü Sicherheit und Produktressourcen gehen, dann haben wir hier die Möglichkeit, auch Bilder zu sehen. Das heißt, solche Sachen wie Gefahrzeichen und so weiter müssen auf der Produktverpackung verpflichtend angegeben werden. Und so könnt ihr euch das Ganze erleichtern und hier auf die Produktverpackung einfach darauf hinweisen mit Fotos, so dass der Kunde nämlich dann die jeweiligen Gefahrzeichen, wie ihr das hier zum Beispiel seht, oder Hinweiszeichen, direkt einsehen kann. In dem Falle fotografiert ihr das Produkt, die Produktverpackung von allen Seiten. So ist das Ganze gewährleistet, dass der Kunde hier auch einsehen kann, was für Gefahrsymbole und Gefahrhinweise auf der Produktverpackung sind. Kehren wir nochmal zurück zu den jeweiligen Einstellungen und gesetzlichen Anforderungen, die wir erfüllen müssen und schauen uns das Ganze an. In meinem Fall, wie gesagt, ist es meistens die verantwortliche Person, die ich benennen muss, aber auch hier zum Beispiel Warnhinweise und Sicherheitsinformationen bei dem Produkt zum Beispiel. In dem Falle muss ich Produktunterlagen zum Beispiel nachweisen, wie zum Beispiel für das Batteriegesetz und so weiter. Hier könnt ihr dann Typ, Inhaltstyp der konformen Medien auswählen, zum Beispiel Benutzerhandbuch und dann könnt ihr hier als PDF eine Datei hochladen. Des Weiteren habt ihr hier auch Warnhinweise und Sicherheitsbilder, wie wir diese gerade schon in der Anzeige gesehen haben. Hier könnt ihr dann auch Bilder hochladen, die dann auch gewisse Anforderungen erfüllen müssen. Und das wird dann in der Produktbeschreibung angezeigt. So habt ihr dann alle Vorkehrungen erfüllt. So, das macht ihr dann für alle gängigen Produkte, die bei euch bemängelt sind. In meinem Fall sind es jetzt halt etwas über 200 Produkte. Falls ihr aber mehr Produkte habt, könnt ihr das Ganze gebündelt natürlich einreichen. Manche haben natürlich mehrere Tausende. Dann werdet ihr hier Tage dran sitzen, um alle Informationen nachzulegen und vorzuweisen. So viel zu dem Thema Produktsicherheit und Einstellungen auf dem Marktplatz Amazon. Falls du noch Fragen hast, gerne die Kommentarfunktion nutzen. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen und freue mich, wenn du beim nächsten Video dabei bist. Viel Erfolg weiterhin beim Kaufen und Verkaufen und ciao.